Hier zeige ich euch wie man bei einer DJI FPV Brille die Videoaufnahme mit den Beta Flight OSD Elementen aufnehmen kann. Man kann sogar andere farbige Schriftarten verwenden. Genauso sieht jetzt das Bild in der DJI Brille aus, wie hier in dem Video. Das ganze wird mit WTF OS Rout Programm realisiert. Zuerst muss die DJI FPV Google V1 oder V2 geroutet sein. Nach dem Routing wird die WTF OS Software auf die Brille aufgespielt und danach das MS OSD Paket. Das habe ich schon in einem Video gezeigt. Siehe in der Videobeschreibung. Ist alles aufgespielt dann sieht man in der FPV Brille das OSD von Betaflight. Um das OSD von Betaflight speichern zu können, geht man auf die OSD Overlay Webseite von FPV WTF. Hier sieht man die zwei Befehle, die man per Command Line auf die DJI Brille eingeben muss und drücke Return und anschließend den zweiten Befehl. Nun wird wie gewohnt mit der DJI FPV Brille das Video aufgenommen. Auf der SD Karte findet man jetzt aber zu jedem MP4 Video auch eine separate OSD Datei. Diese zwei Dateien müssen jetzt nur noch zusammen kopiert werden auf der Overlay Webseite. Hier wähle ich das Video aus und dann wähle ich die korrespondierende OSD Datei aus. Und zusätzlich müssen 4 OSD Schrift Dateien gewählt werden, die ich normalerweise auf der DJI SD Karte liegen habe. Und jetzt starte ich das Konvertieren und lege mir die neue Video Datei auf mein Desktop ab. Und hier sieht man schon dass ich hier die neue Schriftart drauf habe. Auf der Github Seite von FPV WTF in dem Ordner MSP OSD findet man die vier Schriftarten wie zum Beispiel hier das von mir verwendete Schriftart von Sneaky FPV. Man lädt die vier Dateien herunter und kopiert sie in den Hauptordner von der SD Karte. Und so kann man die Schriftart dann in der DJI Brille als auch in der Video Datei sehen. Nun ist das Video fertig. Wie man sieht ist das ein 16 zu 9 Video aber die Schrift ist nur in dem Bereich von 4 zu 3 platziert. Das kann man natürlich ändern so dass man die Elemente auf dem ganzen Video platzieren kann. Dazu gibt es auf der MSP OSD Seite eine Anleitung wie man links aus diesem 4 zu 3 Platzhalter für die OSD Elemente in der FPV Brille die OSD Elemente auf einer Fläche von 16 zu 9 also auf dem ganzen Video platzieren kann. Hierzu werden in der Command Line die zwei Befehle eingegeben. Habe ich die zwei Befehle in der Command Line gespeichert dann verschieben sich die OSD Elemente in der DJI FPV Brille von der 4 zu 3 Fläche auf die ganze 16 zu 9 Fläche. Und so kann ich wunderbar meine Elemente links und rechts an den Rändern platzieren. Wie jetzt hier ein Beispiel von einer KDX Nebula Pro Kamera die mir hier ein Bild in 4 zu 3 liefert. So hat man jetzt eine tolle Möglichkeit die Betaflight OSD Anzeiger in der DJI FPV Brille zu nutzen dank dem FPV WTF Team. Also viel Spass beim Fliegen.